Norddeutscher Rundfunk 2021 Aha. Na? Na? Hast du richtig Bock, oder was? Ja, ich will die fertig kriegen. Geil. Okay, eins noch und dann können wir los. Was machen wir heute? Jo, heute wird geil. Two things are happening. We're getting a big delivery, that's why we started a little bit earlier today. We're getting the clay drywalls. Und wir bekommen auch Klee für die Staircase-Wall. Ich habe eine Idee für das. Okay. So können wir wählen, welcher wir machen wollen. Los geht's auf die Materialien und sehen, was wir in der Mood für sind. Both sind großartig, es ist großartig. Ich denke, die Staircase ist ein bisschen besser. Okay, alle lieben die Staircase. Okay, fertig. So, erst mal? Kaffee. Nein. Kein Wasser mehr drin? Nein. Wenn du gleich wieder rausgehst, dann kannst du hier wieder eins. So machen wir das. Okay. Okay. I think we should take this one. Cool handle. Yeah, ne? And, ah, yes. Artist-Style. Yeah. Looks good. Oh. Nein. Hahaha. Ne, ich muss ihn auch nehmen. Hahaha. Aber war knapp. Knapp. Hahaha. Hahaha. Ich denke, wir sollten den Staircase machen. Ja. 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 soap A little bit convincing here in this area but that's okay. Was ist der Plan, Laura? Es ist viel Material, wir sind nicht 100% sicher, wie viel dieses Garage kann, aber wir sagen, dass es gut sein wird und wir gelernt haben von den letzten zwei Jahren von Erfahrung zu entwickeln, dass ein Haus verlassen wird, also wir sind definitiv sicher. Ja, aber wirklich! Right, Material ist hier und hoffentlich ist es, wo die Fun Part beginnt. Das ist eigentlich ganz geil auf der Treppe. Mega! 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 Pura! Mega! Ja! Wenn ich eine neue Technik versuche, ich gehe immer nach einer Extremität und sehe, wie leid ich mit es bin. Und wenn es nicht gut genug ist, kann ich immer besser machen. Und ich denke, wir sollten beginnen bei einem Ort, der nicht super in der Fokus ist. So, ich möchte nicht hier anfangen, weil das die größte Tension ist. Ich möchte hier anfangen, und da ist eine Part, wo es eine Menge Height-difference ist. Es ist super rough. Und wenn wir das hier sehen können, mit minimalem Effort, dann ist es perfekt. Wenn nicht, dann können wir besser hier anfangen. Okay, great. So, das ist der Klee-Tag Klee. Es ist eine Rougher-Version und eine even Finer-Version. Das ist der in-between-Version. Again, ich versuche, mit der minimalen Effort. Und wie Sie sehen können, es ist Klee, Sand und ein bisschen Stahl in es. Let's read es. Es sagt, Natural, building Klee, colored Loam und Klee, Mixed Grain, Washed Sand, Barley, Straw Fibers, Up to 10 mm und Cellulose Fibers. Okay. So, like the rest of the house, this is all natural stuff. I'm so excited to see how it is to work with. Okay, let's mix the whole bag. Oh, one thing I forgot to mention, you can have it in six different colors. And I decided to get a bright one, but you can have red, gray. Oh, I don't think we can mix the whole bag. Let's mix, let's mix the half bag. Maybe it's a little too much water. Maybe two more eggs. Two more eggs. We need to wet the stones because that's also clay and the clay mixes very well with water. And if they're not wet, they will take the water from our plaster and then it will be, I think it cracks or something. I don't know what happens, but it's not supposed to happen. I like this. I don't want this to be perfect. I want this to be kind of organic and a little bit wobbly. Okay, maybe this is for the end. Bist du ruhig? Ist das irgendwie meditativ oder so? Super meditativ. Jetzt werde ich übermütig. Okay. You know what I love about this? No. It's easier to do, looks better. It's better for the room climate and it's good for the environment. Mhm. Yeah. It's like the sweet spot. And if somebody decides to tear down the house in 120 years, you can just mix it with water and use it again. Right. Same with the stones. That's crazy. That's great. Why does it make so much sense? Why is not every building a clay building? I think you should try it too. Okay. Yeah. This is like vacation. So you can't build me for today. Another perfect opportunity for teamwork. Felix and I, we can work on the clay walls and Justus is working on the installation layer. Let's go. One more, one more. Okay. Felix is now doing his first try. You start from the outside to the inside. From the outside. Okay. Because you know I'm the expert because I did one. Now I missed it. Oh, great. Yeah. There he is. Happy? Happy? There are some tricky spots that are annoying, but overall I'm in love with how this looks and how it feels and I cannot wait to come here in the morning and see how it looks once it's dry because it will be a lot lighter. Mm-hmm. I think I will keep going for a little bit more because I now just got the hang of it. And yeah, see you tomorrow. Bye. 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 Okay. This is it. Yes. It's a lot of fun. I can only recommend it. It's like a meditation. It's really good. I got a lot more done. I am unsure about the color to be honest because I thought it would be this color. So either I'm too impatient, which is pretty likely. And this is just not dry enough and it will dry over the next weeks and I'll be surprised. Or worst case, this is the color that it stays with. Mm-hmm. But then we can add a finer plaster on top of that and choose any color we want. So I'm not worried because I actually like doing it so I wouldn't mind doing it again. But yeah, I'm super happy with the look. I think it's just so interesting that we kind of reversed the timber framed house look that was usually on the outside, in our cases on the inside, that we saved this little bit of history. The new beams, the old beams, like the hardcore repairs we had to do. I love it. I love it. And I think it will make the house so much more interesting and it appreciates its history. So I hope you enjoyed this video as much as I'm enjoying my outside inside wall. And I'll see you next week with a new video. Bye. Bye.